So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Sie ist jetzt hier mitten in der Stadt und es fängt natürlich gerade an zu regnen. Ähm, ich bin gerade am überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Äh, weil die Hauptquestik jetzt hier gerade nicht so... Also, die Stadt ist einfach mal gigantisch, ja. Okay, hm, exklusive Komponenten gibt's dort. Oh Gott, anstatt zu, das haben wir hier medizinische Komponenten. Äh, what? Achso, ja, stimmt. Was wir machen könnten, ist, wir gehen einfach mal hier hin, würde ich sagen. Und dort können wir das dann, ähm, ja, freischalten. Wirst du mal gucken, wie wir da jetzt ganz entspannt hinkommen, ohne unsere Waffe wieder zu ziehen, ohne wieder... Oh, verzeihung. Ohne wieder irgendwas zu machen und ich weiß nicht, was diese Anzeige da oben soll. Verzeihung, verzeihung, ich muss hier durch. Hat aber auch Kinomann Regenschirm für mich, ne? Jetzt hat's schon wieder aufgehört. Guckt nicht so, ich bin halt Sprinter. Alles ganz normal. Oh, ich weiß nicht. Die Alme ist auch nicht. What the fuck, man? Okay, ich habe jetzt irgendeine Musik gemobst. Ich habe Musik gemobst. Ladendieb. Oh oh. Oh oh. Es ist so Hammer, wie diese Stadt einfach mal permanent. Nur noch einen Tag ist das nicht heftig? Ich weiß, ich war streng, aber ich will die tollste Hochzeit aller Zeit haben. Ich liebe dich zu sein, ich kann es kaum erwarten, vergratet zu sein. Bist du noch da? Hallo? Hallo? Antwort, du mir gefälligst! Bekloppt, oder? In Reha nach Krebsbehandlung. Okay. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm, Alter? Frau, was macht sie? Was ist mit ihm? Oh mein Gott. Die haben Problemchen hier, das ist voll lustig. Ich muss erst mal gucken, wie wir hier nach oben kommen. Also hier guck ich irgendwie nicht so hoch. Wie machen wir das jetzt? Ja, Entschuldigung, aber du standst im Weg. Kauft online getragene Unterwäsche. Tag von Duschlo. Ähm, geht's euch gut, ja? Schön am Kuscheln. Wurde zum geschworenen Raucher. Registrierter Sexualstraftäter. So, so. Oh mein Gott. Hier ist ein Lift. Also Zanis ist quasi ein Promi. Aber manchmal wiederholt sich das schon, aber na klar. Das erwartet man, ne? So. Also es sind, glaube ich, hier gar nicht so verkehrt. Wo müssen wir denn hin? Hey, Jommen. Ihr seid alle voll die Gangster hier. Ich seh das schon. Besuchst du jetzt von der Engstruhe. Okay. Ach, hier ist was. Verbunden mit Zwischkonsolen. Okay, wir müssen das natürlich jetzt... Sehr schön. Aber das Ding ist nämlich offen hier unten. Und könnten dann theoretisch hier rein? Oder auch nicht? Warte mal. Also ich hab das jetzt angemacht. Also hier oben kommst du jetzt rein, aber wir kommen. Was ist denn das? Njam, 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 njam. Wie finde ich, auf die Kamera zugreifen? Ah, hier. Ist das Ding jetzt offen? Uh. Also Wegkenners, ich muss hier einbrechen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und dann schnippen wir uns den lustigen Tower hier. Und das Ding haben wir schon offen. So. Ja, dann schnipp dir das Ding mal. Oh je. Oh je. Guck dir das an. Ach, schau. Was sagt mir das jetzt genau? Was sind das schöne Sammelbares? Aha. Okay. Was ist hier nochmal? Creepy shit. Die sind solche. Was findet man denn hier? Irgendjemand hat in der ganzen Stadt versteckt. Ah, das sind so Sammelsachen. Hecken sie sich als Institution als Geburts, um Neugierde zu befriedigen. Bei einem kannst du die Profile nutzen. Okay. Privatsphäreneinbruch. What the fuck? Untersuchung. Was ist denn das für Zeug hier? Okay. Ich meine, hey, cool und so, aber wie komme ich jetzt eigentlich zur Hauptquest? Schnellreise. Während Missionen nicht verfügbar. Schlagen sie die Zielpersonen nieder. Hä? Welche Zielperson? Hab ich was verpasst? Hab bestimmt was verpasst. Schräg. Ne, warte mal, kann ich nicht, ähm... Ja, genau. Online-Aufträge. Ne, kann man gar nichts machen. Das ist bekloppt. Online-Beschattung. Okay, okay. Okay, I don't know, ist der die Schild basic nicht. Was müssen wir machen jetzt? Ja, aah! Verzeih. Alles gut, ja? Alles gut, Aiden. Alles gut. Aiden hat's verkraftet. Verdammte AXI, komm ich denn hier wieder runter? Hui! Ritzt sich. Super, klasse. Könnt ihr noch irgendwas cooles machen? Geht schon eine Zeit begegnen, Selbstmord. Träht ein Talkshow auf. Kauft häufig Masken. Hausverbot in Suppenküche. Aber was die Leute immer verdienen hier, Alter, Alter. Was ist sie? Warte. Inneneinrichterin. Ich finde es voll spannend, dass du das hier gucken kannst. Aber gut, Computertrainerin. Creepy shit. Boah, voll die Musik hier. Ich weiß nicht, also... Hm, ist gerade ein bisschen blöd. Müssen wir mal gucken. Also wir haben auf jeden Fall schon mal den Turm geschnappt. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo meine lustige, äh... Ja, keine Ahnung, Quest hier ist. Die ich gerade angeblich habe. Gibt's hier irgendwie so einen Shortcut-Schnullibums. Alles gut. Verzeihung, ich bin nur über die Straße. Oh, Mann. Ah. Na gut, das machen Frauen aber wirklich ab und zu. Ah, können wir hier nicht mal irgendwie wen hacken? Also so Geld-mäßig. Das wäre doch mal cool. Haben wir die Hälfte noch in einem Museum? Ach so. Wo muss ich hin? Was? Nee, der verdient doch gar nicht so viel. Den hack ich doch nicht. Der verdient doch nicht. Ich mobs die mal 900 Dollar, ja. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Okay, die will wieder shoppen gehen. Komm ich hier rein? Oder wo ist hier der komische Geldautomarkt? Hä, der ist hier unten? Hui. Hier ist er. Schnapp dir das Geld. Geld. Yay, Cash. Liegt im Reichshalt mit seinen Nachbarn. Ich hab Mucke geklaut, die ich mir nie anhören darf, weil... Copyright. Copyright. Ich habe einen Termin für den... Ach du Scheiße. Haha. Gut, in Containern, da braucht man ein Ding. Was steht da drauf? Hungry, need help. God bless all. Ich würde dir ja Geld geben. Nee, ich wollte Geld geben. Funktioniert aber nicht. Ich bin sagt, nein. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwie, ähm... Ja, Missionen neu starten. Das wäre nicht schlecht. Weil dann wüsste ich zumindest, wo ich hin muss. Gut, dass ich da schon mal früher geguckt habe. Aber wir haben immerhin uns den Turm geschnappt. Heißt das ja nicht schlecht. Konntest du euch das mal zeigen? Habe ich auch vorher noch nie gemacht. Ja. Gang-Versteck-Jobs. Ah, das war das, wo ich gestorben bin? Na klar. Ich erinnere mich dunkel. Das war so extrem peinlich. Mountainbike-Fan. Mehrere ausstehende Kredite. Schlagen die Zielpersonen nieder. Ja, gucken wir mal. Ob ich die Zielperson finde. Die waren nämlich hier oben. Die sind nämlich oben. Das wissen wir ja nun, dass die oben sind. Gibt's hier Kameras? Na klar gibt's hier Kameras. Vielleicht kann man... So, von Kamera zu Kamera. Da ist noch ne Kamera. Ach, ich komm nicht nach oben. Was meinst du damit? Sprengen. Na super. Vorteilerkasse. Hat das was gebracht? Wahrscheinlich nicht. Schnipp dich hier mal ran und dann rutschen wir mal hier hoch langsam. hayvänz. S Frauen. Was weiß ich mal Couldn. 업 Engstrahl.